Herzlich willkommen auf dem Channel Flight Level. Mein Name ist André und ich habe ihn mir geholt, den WinWing Ursa Minor Airline Joystick. Und er ist wirklich gut, muss ich sagen, aber er kommt halt komplett ohne Konfiguration hier in den Microsoft Flight Simulator. Und ihr könnt sehen, ich bewege ihn und es funktioniert. Was ihr dazu machen müsst, das zeige ich euch jetzt also. Viel Spaß! Und da sind wir jetzt im Cockpit und ich habe diesen Stick komplett durchkonfiguriert und ich zeige euch jetzt erst einmal, was ihr machen müsst und welche Funktion entsprechend so dahinter steckt. Wir gehen also einmal in die Steuerungsoption, das heißt einmal raus, hier in die Steuerungsoption und dann wählt ihr entsprechend rechts einmal euren Stick aus. Hier den WinWing Ursa Minor Civil Flight Stick L, denn ich habe die Variante des Käpt'ns, das heißt ich habe den Stick in der linken Hand und habe somit den Autopilot Disconnect Button rechts auf meinem linken Daumen. Fangen wir aber mal an. Wie immer empfehle ich, ein neues Profil zu erstellen, beziehungsweise wenn ihr was ändert, wird automatisch schon ein neues Profil vorgeschlagen. Wir gehen aber erst einmal durch die Option. Fangen wir an bei der Kamera. Ich habe nämlich eingestellt, dass ich mich im Flieger als auch außen entsprechend etwas bewegen kann, beziehungsweise die Kameraeinstellungen kurz ändern kann. Und auch gerade der Switch von drinnen nach draußen, den habe ich konfiguriert. Das habe ich ähnlich zu der Funktion gemacht, wie sie beim Thrustmaster TCA Stick zur Verfügung steht, aber hier haben wir natürlich ganz andere Button. Also, wir haben hier einmal die vorherige Pilotenposition, die Schnellansicht Cockpit rechts, Schnellansicht Cockpit links und die nächste vorherige Pilotenposition. Und die bewege ich entsprechend auf dem Stick hinter der Abdeckung. Das heißt, wir können hier einmal nach unten gehen, rechts, links und oben. Und das zeige ich euch jetzt einmal im Flieger. Ich gehe nach unten, das heißt, wir gehen ein bisschen nach vorne. Ich gehe wieder nach oben, wir gehen zurück und wir haben die Ansicht hier einmal nach rechts und wir haben die Ansicht einmal nach links. Gehen wir wieder zurück ins Steuerungsoptionsmenü und sind auch direkt richtig. Kamera war noch nicht ganz fertig. Wir haben auch noch eine externe Kamera. Wir haben natürlich hier einmal mit der Linksfunktion einmal die Schnellansicht außen rechts, mit oben die Schnellansicht außen oben, rechts die Schnellansicht außen links. Und ja, das ist tatsächlich vertauscht. Das ist beim TCA-Stick auch so. Und wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann ist das schon sehr von Vorteil, das genauso wieder einzustellen. Und wir haben natürlich die Schnellansicht außen hinten. Das gucken wir uns auch einmal an. Aber wir haben noch eine Sache, die wir hier einstellen müssen, und zwar den Kamera-Modus-Schalter. Da habe ich einfach den Button genommen, genau in der Mitte, mit der ich auch entsprechend die Position der Kamera ändere. Das heißt, da switchen wir dann entsprechend von Cockpit und wieder zurück. Das machen wir jetzt mal. Ich bin im Cockpit, ich drücke einmal die Taste und switche nach draußen, kann die ganze Zeit hin und her switchen. Und wenn wir draußen sind, habe ich logischerweise die Konfiguration, wie gerade erwähnt. Wenn ich nach oben drücke, gucke ich von oben drauf. Wenn ich nach unten drücke, gucke ich von vorne drauf. Gut, das ist ein bisschen blöd hier, weil das Gate im Weg steht. Drücke ich nach links, dann gucke ich entsprechend auf der rechten Seite des Fliegers. Und logischerweise drücke ich rechts, gucke ich mir die linke Seite des Fliegers an. Und dann können wir mit dem Switch auch wieder zurück ins Cockpit gehen. Dann haben wir hier in den Steuerungsoptionen logischerweise unter Kamera noch eine Sache, und zwar die Instrumentenansicht. Wir haben hier die Möglichkeit natürlich einmal die Instrumentenansichten durchzuschalten. Das heißt, hier auch wieder mit links und rechts könnt ihr das machen. Dazu geht ihr einmal in den Flieger und drückt entsprechend eine Taste, wie zum Beispiel SRG 1. Dann kommt ihr hier einmal auf die MCDU. Jetzt könnt ihr einmal nach rechts gehen, dann wandert ihr auf die rechte. Und ihr könnt weiter nach rechts gehen, dann landet ihr auf dem linken EFB. Dann kommt das rechte EFB. Dann kommt das Overhead Panel. Dann einmal die Komplettansicht hier. Dann sehen wir die FCU. Und dann den unteren Teil hier mit den entsprechenden Displays. Und dann einmal noch rechts. Und nochmal nach oben auf die entsprechenden Sicherungen. Und dann einmal nach hinten auf die Sicherungen. Dann geht es nach hinten in den Flieger. Und dann nach vorne in den Flieger. Und hinten links in den Flieger. Und noch weiter hinten links. Vorne rechts. Hinten rechts. Und noch weiter hinten rechts. Und dann landet ihr wieder da, wo ihr eigentlich gewesen seid. Wir haben hier noch verschiedene. Ich habe nämlich logischerweise hier auch die Bugradlenkachse konfiguriert. Das ist die Z-Achse. Und die legt ihr entsprechend einmal auf die Joystick L-Achse Z. Dann könnt ihr entsprechend den Joystick nach links drehen. Und nach rechts drehen. Und dann könnt ihr hier den Teller nutzen. Zeige ich auch mal ganz kurz. Und Achseumkehren ist standardmäßig gesetzt. Und den könnt ihr auch drin lassen. Also ich drehe einmal den Joystick nach links. Einmal nach rechts. Und dann funktioniert das entsprechend. Dann haben wir hier noch die Oberflächen. Beziehungsweise die Flugsteuerung. Hier mit den primären Oberflächen. Wir haben hier die Querruderachse. Das heißt einmal Joystick nach links. Und Joystick nach rechts. Und ihr seht, dass das entsprechend ausschlägt. Das ist hier Joystick L-Achse X. Und natürlich haben wir auch eine Y-Achse. Das ist einmal Joystick nach hinten. Joystick nach vorne. Die Höhenruderachse. Entsprechend Joystick L-Achse Y. Das können wir natürlich auch sehen. Zurück. Vor. Links. Und rechts. Dann geht es weiter. Ich habe nämlich noch eine Sache hier konfiguriert. Und zwar die Oberflächen, die Trimmungskontrolle. Und zwar habe ich auf der Seite links und rechts entsprechend direkt neben dem Joystick zwei Button, die ich drücke. Damit kann ich nämlich trimmen. Nase nach oben. Nase nach unten. Und auf der anderen Seite Nase nach oben. Nase nach unten. Das habe ich entsprechend auf die 6 und 7. Beziehungsweise 13 und 14 gelegt. Das könnt ihr machen. Müsst ihr aber nicht. Aber in einem Airliner müsst ihr normalerweise auch nicht manuell trimmen. Aber dann habt ihr es zumindest irgendwo auf einer Taste. Was ich aber noch gemacht habe, ist die Autopilot Funktion. Denn ihr kennt den Joystick und ihr kennt auch den roten Knopf. Und der ist nur dafür da, den Autopilot auszuschalten. Der ist nicht dafür da, den Autopiloten einzuschalten. Denn das machen wir immer an der FCU. Folglicherweise habe ich hier einmal den Button 22 hinterlegt. Drücke ich also den roten Button rein. Dann leuchtet der auf. Und das ist natürlich auch im Flieger so. Und damit ihr auch sehen könnt, dass das alles funktioniert und auch die äußeren Steuerflächen funktionieren, könnt ihr natürlich einmal rausgehen und entsprechend den Stick bewegen. Aber ihr werdet sehen, ich mache das zum Beispiel gerade, dass das erst einmal nicht funktioniert. Denn entweder müsst ihr dafür einen Triebwerk schon gestartet haben, damit entsprechender Druck da ist. Oder ihr geht einmal aufs Overhead Panel und drückt hier einmal oben rechts die Elec Pump ein. Dann solltet ihr auch ein kleines Rauschen bzw. das klassische Barking hinten hören. Dann hört ihr es auch direkt klingeln. Und dann könnt ihr hier einmal auf Flight Control wechseln. Und dann könnt ihr entsprechend auch hier einmal hoch, runter, links, rechts gehen. Und wenn wir dann rausgehen, dann sehen wir auch, dass hier auch das Höhenruder und auch das Querruder entsprechend bewegt. Da wir ja die Tillerachse konfiguriert haben, bewegt sich logischerweise hier einmal das Seitenruder nicht. Denn dazu bewegt sich vorne das Rad. Aber das kann sich natürlich jetzt gerade nicht bewegen, denn wir stehen ja hier ganz stabil auf dem Boden und haben außerdem auch unsere Jocks drin. Und so habt ihr alle Funktionen des Sticks einmal abgedeckt. Aber eine wichtige Sache müssen wir noch machen. Und zwar müssen wir uns einmal mit den Empfindlichkeiten beschäftigen. Dazu geht ihr einmal ins Menü, in die Steuerungsoptionen und dann auf Empfindlichkeiten. Die Empfindlichkeiten habe ich wie folgt eingestellt. Wir haben ganz links die Joystick L-Achse, X also einmal links und einmal rechts. Die Empfindlichkeiten habe ich hier im Minus, also im Plusbereich, auf minus 40% gestellt. Das bedeutet, dass der Flieger etwas langsamer auf meine Eingaben reagiert, beziehungsweise hier die Empfindlichkeit gerade in der Nähe des Mittelpunktes etwas abgeschwächter ist. Die Todzone habe ich auf 0, denn der Stick liegt wirklich perfekt in der Mitte. Die Neutralität auch auf 0, die Todzone-Extremität auch auf 0 und die Reaktivität im Standard auch hier auf 100. Dann gibt es noch die Joystick L-Achse Y, also Stick nach hinten, Stick nach vorne mit denselben Empfindlichkeiten. 2 mal minus 40, 0, 0, 0 und 100. Und was ihr vielleicht hier gesehen habt, dass wenn ich den Stick bewege und ich lasse ihn jetzt einfach mal los, dann seht ihr, dass er relativ smooth wieder in die Mitte geht. Das liegt daran, dass er Dämpfung hat. Und das ist wirklich eine ziemlich coole Sache, gerade für einen Stick in so einem Preissegment. Denn ihr habt die Möglichkeit, den Stick einmal umzudrehen. Dort könnt ihr eine kleine Klappe öffnen und dann könnt ihr mit einem Innensechskantschlüssel, der auch dabei liegt, entsprechend die Empfindlichkeiten der Dämpfung einstellen. Das heißt, ihr könnt den Stick tatsächlich sehr schwerfällig machen. Darüber hinaus hat der Stick auf der Unterseite die Möglichkeit, entsprechend befestigt zu werden. Alternativ habt ihr aber auch die Möglichkeit, ihn nicht anzuschrauben, sondern die Anti-Rutsch-Pads, die sich auf der Unterseite befinden, zu nutzen. Und das funktioniert ehrlicherweise auch ganz gut. Ich habe den tatsächlich hier auf meinem Schreibtisch stehen und habe ihn nicht extra nochmal befestigt. Und wir haben hier nochmal die Joystick L-Achse Z. Die Joystick L-Achse Z ist logischerweise der Tiller. Und da habe ich tatsächlich etwas andere Werte eingestellt. Denn ich wollte nicht bei der kleinsten Bewegung der Z-Achse, dass der Flieger direkt links-rechts entsprechend ausbricht. Deswegen habe ich hier die Empfindlichkeiten auf minus 60, minus 60 und die Todzone auf 10. Denn wenn ich jetzt einfach mal den Stick nach vorne und nach hinten bewege, dann seht ihr, dass ich auch leicht an der Z-Achse entsprechend Bewegungen und einen kleinen Ausschlag habe. Um das zu umgehen, habe ich das entsprechend auf 10% gestellt. Das heißt, auch wenn ich mein Flight Control Check beim Rollen zur Startbahn mache, laufe ich nicht Gefahr, dass ich hier den Tiller aktiviere und dann nach links oder rechts abdrifte. Dann haben wir noch die Todzone Extremität. Die habe ich auf 20% gestellt. Die sorgt dafür, dass die Enden hinten abgeschnitten sind. Ganz rechts gibt es noch den Joystick Schieberegler. Das ist der Schieberegler, der hier auch auf dem Joystick ist. Den habe ich aber nicht konfiguriert. Solltet ihr keinen Quadranten oder keinen Schubhebel extra haben, könnt ihr den natürlich nutzen. Ist ähnlich zum Fastmaster TCA Stick. Und das war es tatsächlich auch hier schon. Aber natürlich möchte ich auch noch etwas zu dem Stick sagen. Ich finde ihn nämlich ziemlich, ziemlich gut. Er hat nämlich einen sehr guten Widerstand, der auf der Rückseite auch eingestellt werden kann. Das heißt, ihr könnt ihn weicher oder härter einstellen. Ganz so, wie ihr es braucht. Beziehungsweise wie die Simulation des Side-Sticks eigentlich aussieht. Ich finde, er funktioniert super. Er fühlt sich klasse an. Ja, es ist natürlich Plastik. Aber für den Preis kann man natürlich auch jetzt nicht das Nonplusultra erwarten. Ich finde aber, dass WinWing hier wieder einen super Job gemacht hat. Der Stick funktioniert. Er hat sogar eine kleine Beleuchtung. Er macht es ganz angenehm, ehrlicherweise. Aber das ist natürlich nicht entscheidend. Entscheidender für mich war tatsächlich, dass der Stick eine Z-Achse hat, damit ich auch den Tiller damit bedienen kann. Denn das ist tatsächlich nicht der Standard. Denn die meisten Airbus-Sticks oder die Sticks, die es gibt, haben gar keine Z-Achse. Das heißt, ihr braucht ein extra Gerät für den Tiller. Das ist hiermit aber nicht der Fall. Von daher, alles gut und alles richtig gemacht. Schön finde ich auch, dass ihr eine Abdeckkappe entsprechend für diese ganzen Buttons habt, mit der ich vorhin auch die Kameraeinstellung geändert habe. Das heißt, wenn ihr das nicht nutzen wollt, dann könnt ihr die Kappe da drauf setzen und dann sieht der Stick noch viel realistischer aus. Und das soll es für heute tatsächlich auch schon gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen, ein Like und ganz, ganz viele Kommentare da. Und falls es euch nicht gefallen hat, dann, wie immer, erzählt es am besten nicht weiter. Auf Gleitlevel gibt es übrigens auch die Möglichkeit, eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen oder mir eine kleine Spende zu hinterlassen. Hier gilt natürlich, wie immer, alles kann, nichts muss, aber es würde mich natürlich riesig freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao! Bis zum nächsten Mal und ciao!